Nadler und ich habe keine ahnung mich interessiert das show was im shop ist die obwohl ich mir das nicht wirklich für alle digga aha die juli jetzt schauen wir uns die shop anträge ok es geht das ist ja creepy die ok die tos gefällt mir jetzt nicht so ein zwei typen tega premium account und spaß das ist cool es gefällt mir die so richtig auftragskiller richtig nice ganz ehrlich ganz ehrlich die detektive die let's go die rucksack ja der passt ultra dazu ich finde die lustiger ganz ehrlich der wiese auftragskiller das ist cool die ganz ehrlich na ja immer die selbe scheiße für den rücken ok nur von der farbe her anders ja aber trotzdem die tos ist voll für eine einmalige die sieht aus wie das leben aber nicht alle naja aber trotzdem wie der neue und der schnüffler der gefällt mir warum gibt es zwei männliche und nur ein weibliche was los ist das scheiße das scheiße und da hat sich auch nur die farbe die farben ändern sich der eine hat keine sonnenbrille der andere schon ja keine aber ich finde es cool ganz ehrlich ich finde es okay es gibt viel schlimmeres nämlich ich würde nur jetzt diesen hier nehmen den schwarzen den würde ich abchecken wo die denen den würde ich garantiert nicht nehmen und die auch nicht aber vom aussehen so ich finde es cool wenn es cool dann geht sich mal so ein typ statt irgend so ein grünhaariges monster digger weiß dass man es schon korrekt also ihr wisst bescheid nicht vergessen let's go